Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Deckenweid 2. Und jo, kurzer Tatsachenbericht, wir haben diese zwei Dörfer eingenommen, haben sie aber unverteidigt gelassen, damit sie sich ein bisschen erholen können, aber allzu viel kann man von den Wikinger noch nicht erwarten. Entweder werden sie gar nie ein Reich, nein, ein Dörf erobern oder so. Da muss ich da noch schauen. Wo? Aha, die nehmen das jetzt ein. Sie nehmen es ein. Gibt's das? Woban Ganga Style. So. Warten wir noch ein bisschen. Warten wir doch ein bisschen. Ich weiss nicht, ob ich ein Tempel bauen soll, aber ich denke nicht. Überfolgte Höhlen haben wir ja zwar schon. Was können wir sonst noch bauen? Ein neues Feld wäre... Ja, ein neues Feld wäre schon gut. Aber wo? Ja, dazwischen irgendwo. Hier. So, dann kommt... Der doch... Oh, wird es angegriffen. Und irgendwie haben wir zu wenig Personen, habe ich das Gefühl. Dann müssen wir doch hier noch ein paar holen. Frist du immer noch Personen? Ich weiss ja nicht, ob das gut ist, irgendwie die Personen zu fressen. Du gehst jetzt mal raus, sonst wirst du hier zu viele Personen. Ja, aber so, dass du rausgehen kannst, bitte. Ja, da komme ich nicht hin. Du kommst hier hin. Das Tor ist... Oder geht das Licht ist offen, wenn es erst geöffnet wird? Ja, genau. Ich will aber nur mit der Kreatur angreifen. Die Kreatur muss böse werden. So, du Huhn. Ach, komm. Ja, komm. Jag sie. Also machen wir noch einen. Und... Einen Farmer. So. So, dann ist klargegangen. Später machen wir die Kreaturshäuser. Also, hauptsächlich beim Gegner hin irgendwo. Und deshalb, ähm... Wird er nicht so viele Dorfbohnen von uns fressen. Aber sonst können wir noch Wiesen bauen. Ich will gute nachrichten. Nicht so etwas. Ich kann die Griechen nicht länger dulden. Ich muss handeln. Wenn die Griechen vernichtet sind, Herrschen die Azteken über diese Welt. Ich führe sie ständig ehre, Dorfbohnen. Sie sind so süß. Ich will nur... Ding... wegmachen. Also. Ähm... Was machst du jetzt? Ah, auf einem Kopf kacken. Das sind eben unsere Geistes-Solte-Daten. Wir können eigentlich mal... dorthin gehen. So. Da muss man immer doppelt klicken. So. Und der Wind ist wieder zu laut. Da hat es sehr viel Erz. Sehr schön. Ähm... Da müssen wir hier nicht eigentlich noch eine Quest. Die haben wir ja gemacht. Die andere auch. Da müssen uns keine Quests mehr hier gehen. Dann wird es langsam Zeit wahrscheinlich, in die nächste Karte zu gehen. Weil hier kann man einfach zu wenig Krieg machen. Krieg führen. Ich bin glücklich. Wie siehst du jetzt eigentlich aus? Also immer noch die Stacheln. Breit. Okay. Er ist wieder ein bisschen Sette geworden. Da können wir mal nachschauen. Ähm... Und zwar bei den Listen. Ja, ist mittelfett. Gross. Er muss noch ein bisschen wachsen. Alter ist er. 100%. Oder bei der das 1. Er ist einjährig. Also irgendwie ist er noch zu klein, finde ich. Ähm... Und jetzt leckt es. So leckt es. Ja, das Spiel ist gefreezt. Und dann. Müssen wir das nochmals kurz machen, aber das ist egal. Mit dem gehen wir direkt jetzt dorthin. Jetzt müssen wir noch die Dorfbewohner zu Farmen machen. Oh, die arbeiten fleissig unter Druck. Jetzt brauche ich noch. Die Brüter. Die Brüter. Bekehrte Brüter. Bekehrte Brüter. So. Wir stehen unter Beschuss. Wir stehen unter Beschuss. Weit nicht mehr. Jetzt ist er noch recht zufrieden und später ist er dann zufrieden, wenn er die kaputt geschlagen hat. Angreifen. Wo gehst du hin? Ja, du musst angreifen. Wo sieht man eigentlich die Lebensenergie der Kreatur? Schade kann man 10 irgendwie. Und hier drauf drückt, hier drauf drückt. Freie Wille. Das Dorf wird angegriffen. Aboa, der hat wehgetan. Stampfattacke macht am meisten Damage. Ja, nicht anbrillen. Muss sie wohl von der Eroberung abhalten. Aber knapp, sehr knapp. Oh, der ist geflogen. Ja. Oh, das Haus mag mich nicht. Benötigtes Holz. Noch eine, noch zwei. Ich hab Hunger. Dann isst den Soldaten. Wie schaffst du's? Wie schaffst du's? Ja, nicht weiter. Ach, komm schon. Das Dorf steht vor der Zerstörung. Ja, greif jetzt an. Ach, du dummes Tier. Du bist so dumm. Greif jetzt an. Ja. Nein. Die Griechen hat die Elite-Truppen besiegt. Das Dorf steht vor der Zerstörung. Ja, ganz knapp. Wir werden unsere Armee, die Griechen vernichten. Die Griechen vernichten. Nein! Ich will gute Nachrichten! Nicht so etwas! Ja, ich will gute Nachrichten. Ich hab gute Nachrichten. Du hast die schlechte Nachricht. So, wir müssen noch ein bisschen böser werden. Hier vor das Tor und hier vor das Tor. Damit sie ja nicht abhauen wollen. Und jetzt? Oh, schöne Damen. Äh, hier. Gute Nacht. Klasse, Boris. Du hast einen Menschen geopfert. Tolles Gefühl, oder? Aber wir müssen ja noch die Erfolge machen, stimmt. Dann machen wir die mal. Schärft eure Klingen! Es gibt Krieg! Wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Arztruppen über diese Welt. Erobere das Land. Bekehre Brüter. Das ist ein Kind. So. Kreatur baut Häuser. Wieviel gibt das? 10.000. Das können wir dann in eine Stadt machen, wo es keine Dorfwohner gibt. Weil, dann kann es das alleine bauen. Ich muss handeln. Unerhört. Nehmt das nächste Dorf ein. Wir müssen die griechische Invasion aufhalten. Möge unsere Armee die Griechen vernichten. Aber eigentlich müssen wir ja nicht auf Tribut achten. Dann, ich weiss nicht. Als Bauherr möchte ich jetzt die Kreatur nicht verdonnern. Ähm, so viel Einfluss brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ah, doch, für die Wunder. Die Griechen, die Griechen haben eine Elite-Truppen besiegt. Also, dann machen wir das mal. Hey, hier drüben. Hey. Oder, nehmt es, nehmt es gleich mal ein. Oh, hier ist noch eine. Ja, ey, hallo. Oh, ich bin noch ein bisschen verschnupft von der Erkältung. Oh, der hat drei Leben verloren. Ja, die Bogenschützen sind relativ stark gegen die Kreatur, weil sie so gross ist. Oh, noch einen. Oh, stirb nicht. Komm, stirb nicht. Und er wird böser. Äh, er wurde sichtlich böser. So, hau mal ab. Ähm, er sieht ein bisschen nicht verletzt aus. Sieht er grässlich langsam aus. Er sieht richtig scheußlich aus. Die Bogenschützen zuerst. Ja, beide auf einmal. Sehr schön. Jetzt hat er irgendwie ein Symbol von Gut und Böse bekommen. Oder verloren oder sonst irgendwas. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Die Kreatur sieht noch recht. Oh, jetzt sieht er nicht mehr so. Ne, sieht eigentlich noch recht instand auf. Die Griechen werden für ihre Taten böser. Die Griechen werden für ihre Taten böser. Die Nächsten kommen schon. Dann klopp du mal hier mit freier Wille weiter. Und hier geht dein, so. Nein, nicht in die Basis. Jetzt verholst du dich dann noch ein bisschen, ja? Ja, du bist wütend. Das stimmt. So, jetzt sind sie down. Nein, nein, nicht jetzt. Lässt du diese Kreaturen? Nein, diese. Schnelligkeit oder so. Athletik. Okay. Dummes Teil. Er wollte unbedingt angreifen, aber stimmt sofort wieder. Oder das erste Mal, sozusagen. Was wollte ich noch? Ah ja, ich wollte noch etwas kaufen. Und das ist... Eigentlich könnte ich die Wiese schon bauen, weil ich brauche unbedingt das Essen. Das ist die Kreatur, nicht unsere Leute essen. So, und... Ähm... Ein Schildwunde, ne? Okay, wir brauchen noch Tribut. Dann, ähm... Ja, nehmt das ein, genau. Wow, sie werden langsam aggressiv, so wie ich das sehe. Da greift einer an. Und wo ist die andere Armee? Das ist schon ein bisschen komisch, dass man nichts sieht. Was ist das, die... Ja, das ist die Lebenssynergie da oben. Okay, jetzt sehe ich es. Aber das ist sehr, sehr... Ähm... Unauffällig gewesen. Das ist ja die... Ding. Ich dachte, das wäre die... Ähm... Die Nahrungsanzeige. Aber dann wäre es eine Köhle gewesen. Also, ich muss... Die Leute töten hier. Oh, ist mir egal. Ich bin böse. Ich bin in diesem Spiel böse. Da möchte ich auch böse ausleben. Das tut weh, was? Ah, die sterben nicht, weil sie zu wenig weit fliegen. Durch die Anhöhe. Und upala. Uppala. Ja, jetzt bist du halt traurig, aber du bist gleich nicht mehr traurig. So. Ach, komm. Ich soll es nicht besser machen? Ach, ich nehme wenig... Nein, ich förste! Geh weg! Hallo! Geh jetzt weg! So. Ähm... Da hat es noch eine. Ja, ihr verhungert so iso bald. Könnt ihr auch frei fliegen. Mobilisiert alle Truppen. Verteiligt die Grenzen und lasst die Kreatur los. Wir dürfen nicht verlieren. Rekrutiert eine Armee. Und vernichtet diese Jammerlappen. Können wir den Hund noch aufnehmen? Statter Albert. So. Oh, Tierquälerei. Schade. Aber trotzdem. Es ist nur ein Spiel. Hoppla. Ich wollte den Hund nicht töten. Ich wollte ihn nur ein bisschen fliegen lernen. Aber scheinbar... Der hat das überlebt. Und meine Hand wird irgendwie spitziger. Äh... Ach, komm schon. Ich habe keine Macht hier. Okay, dann baue ich mir hier mal... Eine neue Ding. Wir hassen die Griechen ebenso, wie unsere arztekischen Herren es tun. So. Kreatur, komm mal hier hin. Wenn du kannst... Ach, komm schon. Ich muss ein Hölfchen machen. Du kannst jetzt kein Hölfchen machen. Rekrutiert eine Armee und vernichtet diese Jammerlappen. Jetzt machst du mal dort mit. Also, alleine. Ein Hund, das ist schade. Wie gesagt, ich bin kein Tierquäl, da möchte ich das nicht austreiben. Okay, Essen ist ja eigentlich auch Tierquälerei. Aber... Ich will nicht vegan sein. Darum lasse ich auch die Kreatur nicht vegan sein. So. Okay, die Kreatur ist schon dort. Und dann kommt wieder ein Mann. Mist, die überleben alles. Ach, komm. Lassen wir das wieder reinnehmen. So. Wir sind überall farbige Puppels. Konfetti. Da hat es noch zwei Arbeitslose. Aber die lasse ich mal arbeitslos. Du musst bauen. Du musst bauen. Möge unsere Armee die Griechen vernichten. Du musst einfach nur bauen. Jetzt baut es nicht, weil... Ich natürlich... Ding habe. Rot habe. Und dann baue ich nur noch ein paar Hütten. Ah, so kann man die Hütten... Äh, wikingerisch aufbauen. Sehr schön. Leider müssen wir 10 aufbauen und irgendwie kann ich da nicht bauen. Ja, okay. Sonst kommen die anderen Dorfbohnen wieder und bauen. Ähm... Ich muss mal schauen, ob irgendwo... Da ist noch eine Dame. Süße Dame, die... Die süße Dame, die muss natürlich ins... Germany Next Topmodel... Äh, Studio gehen. Das ist extra... So ein bisschen abhaltig gebaut. Dort innen fasst sie denen nichts. Sie werden zu Superstar. Und er baut schon wieder nichts. Weil es kein Holz hat, oder was? Du musst hier Holz... Nimm das Holz. Der Stamm wird angegriffen. Mal schlafen. Du musst bauen. Ach, komm. Jetzt hier... Bauen. Du musst bauen. Ja, bauen. So. Machen wir halt voll. Und jetzt... Noch Haus bauen. Angreifen. Ja, dann greifst du bauen an. So, spielen. Nein, nicht spielen. Sammeln. Nein. Bauen. Was ist das? Ja, du baust jetzt ein Lagerhaus. Genau. Die Azteken wollen herrschen. Die Griechen müssen vernichtet werden. So. Jetzt baust du. Und wie ist das... Gebäude schon gebaut? Mist, Kel. Ich habe ihn mit der Geisterhange getötet. Oh, 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 oh. Jetzt baut doch. Weisst du nicht mehr, wie bauen? Wir haben uns sehr viel stärker. Wir haben uns sehr viel stärker. Die Kreatur tötet unsere... grössere Armeen. Die Griechen sind stark. Ist niemand gestorben. Wir werden angegriffen, Boss. Ach, wieso ist das so scheisse? So, jetzt. Ach, das Spiel hätte so extrem Potential. Nein. Du baust jetzt hier das Lagerhaus. Doch. Das kannst du. Das kannst du. Und schon wieder ein Mann. Ach, komm. Ich muss böse werden. Die kommen wahrscheinlich hier heraus. Kann das sein. Kann das sein. Machen wir wieder zu. Jetzt darf niemand etwas bauen. Niemand. Außer die Kreatur. Jetzt baut doch schon. Ist das so schwer, diese Mission zu machen? Ah, die kann vielleicht keine Sachen hinbauen, wenn kein Holz ist. Nein, ich sehe... Ah, jetzt macht sie es. Sie baut es jetzt. Jetzt.